Tief! Tief! Aaaaaah! Komel, Alter! Tief! Musik Und kein Foul oder was? Kein Abseits und kein Foul Aber ey, Rückstand RUHDF Hey, Jungs, das kann stopp! Auf geht's, Jungs, das kann stopp! Schieß ein Tor! So, ganz recht, ganz recht! Warum? Auf geht's, Jungs, das kann stopp! Scheiße, BVB, Scheiße, 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 BVB! Auf geht's, Jungs, das kann stopp! Auf geht's, Jungs, das kann stopp! Auf geht's, Jungs! Auf geht's, Jungs, das kann stopp! Auf geht's, Jungs! Lalalalalalalalalala! Die Julian Brandboppelpacken, Alter. Das muss wohl gewesen sein. Oh! Kurbel, Alter! Jawohl! Dann war es doch noch mal ein Tor. Wenn du so was fliegen lässt, dann machst du es heute nicht. Es gibt es nicht! Wie schießt heute ein Tor mehr? Es gibt es nicht! Nur so weit! Du glaubst nicht! Ey! Was? Was? Jetzt auf einmal! Ey! Lästerlich! Der Friedaus legt sich auch da oben. Bist du recht? Ja! Lästerlich! 5 Minuten später, Alter! Scheiße BVB! Scheiße BVB! Scheiße BVB! Scheiße, Scheiße! Scheiße BVB! Mann! Oh Mann! Kommt doch alles in der Harnhof, gib mir die Gnade, du! Gibst dich! Abseits! Anna trifft uns nicht, passiert nicht! Abseits! LOL! Eieieiei! Eieieiei! Wie geil! Eieieiei! Früher sind sie nur nackiger Spielfeld, dann ist sie reichreiter. Oh, Videoassist! Zählt es doch oder was? Das zweite Abseits-Tor, was sie doch gelten lassen! Daniel, die Schamme schon, jetzt nur sie und sie zählt nicht. Zählt nicht. Es hat heute nicht viel gebraucht geworfen. Schorst, nutzt den nächsten Punkt mit. Hast du halt am Schluss nicht gemacht. Schorst ist aber nicht unser Maßstab. Nächstes Wort in Mainz. Komm. Weitere gegner. Auf geht's,ula kämpft uns Sieg'4! Auf geht's,ula kämpft uns Sieg'4! Alle!! Alle! Alle!!! Komm, besonders gut packen, komm! Hoppistutka, hoppistutka, alle, 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 hoppistutka!